Hallihapi Sanos, kein bisschen lasch, sondern starker Geschmack Sanos von Vilosa, die starken Salmiakla-Kritzbonbons Sanos von Vilosa, die starken Salmiakla-Kritzbonbons Sanos von Vilosa, die starken Salmiakla-Kritzbonbons Am schönsten ist es zu Hause, besonders wenn wir zu Hause bei Barbie sind Wow! Barbie wohnt wunderschön, wechselt ihren Modetraum, passend zu jedem Raum Wenn ihr im Traumet geht, da weiß sie, was hier steht Sie liebt das Elegant, Geschmack hat sie viel, mag Mode mit Stil Wir stehen auf Barbie! Ja, wir stehen auf Barbie! Elegante Barbie und die schicke Wohnung, ihr verwandelbares Kleid passt toll dazu Neu von Madel So, Sie fragen sich jetzt, ihr fragt euch jetzt bestimmt Was will der Christian Schröder vom Frühstücksfernsehen bei RTL Plus im Nachmittagsprogramm Nun, er wollte einfach mal mit dabei sein Nicht zuletzt auch um Ihnen und um Euch zu sagen, dass wir auch am Morgen ein ganz flottes, informatives Programm machen Das RTL Plus Frühstücksfernsehen jeden Morgen Montag bis Freitags von 6 bis 9 Uhr 15 Vielleicht schalten Sie ja mal ein, vielleicht schaltet ihr mal ein und seid mit dabei So, wir starten jetzt bei uns hier eine neue Fantasy-Serie Die Ring Raiders Die Ring Raiders, das sind ganz heldenhafte Flieger aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und aus der Zukunft Und diese heldenhaften Pfleger, die tun sich zusammen, um die Welt gegen das Böse zu beschützen Und das Böse, das sind in diesem Falle die Piloten des Totenkopf-Schwadrons Viel Spaß!